Ich bin zurück. Was geht Leute? Mein Name ist Arnold Fox und ich habe es geschafft. Ich habe es tatsächlich geschafft. Ich bin zurück. Genug Zeit ist vergangen, den Channel wieder aufleben zu lassen. Mit einer neuen Umgebung, ein neues Zuhause. Ich bin nämlich mit der Familie zusammengezogen. Ein großes Haus für uns, viel Platz, für mich viel Platz und ich bin gespannt. Aber was ist noch passiert? Die Fachweiterbildung habe ich, Gott sei Dank, bestanden, absolviert, welches viel Zeit und Kraft gekostet hat und mich weitgehend von der VR-Welt getrennt hatte. Aber letztendlich, Gott sei Dank, absolviert und wieder etwas mehr Zeit für VR. Doch was war der eigentliche Grund, warum es so lange gedauert hat? Wir hatten April angepeilt. Es ist Dezember. Was ist passiert? Das Internet. Ohne Internet kein Upload. Content konnte ich produzieren, doch Uploaden war in einem Dorf oder ist in einem Dorf leider nicht immer möglich. Man ist es gewohnt von der Stadt, Highspeed Internet, im Dorf, Fehlanzeige. Glasfaser dauert noch ein bisschen, deshalb musste ich mir eine Ölösung überlegen, Übergangsweise doch an meinen Speed zu kommen und das habe ich letztendlich geschafft. Ich bin glücklich und froh, dass es endlich losgehen kann und bin gespannt, was uns jetzt dann durch diese neue Umgebung alles so erwarten wird. Nicht nur eine neue Umgebung erwartet mich, vielleicht auch gegebenenfalls neue Hardware. Die 4090 wurde released und ich überlege mir, den CPU ein bisschen upzugraden. Wir werden sehen. Natürlich wird es zu einer neuen Hardware auch Benchmarks geben, das darf natürlich nicht fehlen. Aber Hauptziel des Channels ist und bleibt VR und das möchte ich wieder vorantreiben. Jetzt heißt es sich wieder anzupassen. Nach einer halben Ewigkeit habe ich den Umgang mit dem System schon fast vergessen. Auch mein Alltag hat sich verändert. Das führt dazu, dass ich meine Uploadzeiten vorerst anpassen möchte. Random Monday wird es jetzt jeden ersten Montag im Monat geben, Straight Wednesday jeden zweiten und letzten Mittwoch im Monat und letztendlich Fallout Friday jeden zweiten und letzten Freitag im Monat. Ob ich das anpassen werde, muss ich mir derzeit schauen. Denn, wie gesagt, mein Alltag hat sich ein bisschen verändert. Nichtsdestotrotz freue ich mich mit euch, mit frischem Tatendrang, neue VR-Welten zu entdecken, das Ödland unsicher zu machen oder das ein oder andere Horrorspiel hautnah zu erleben. Mit Freunden, mit meiner Freundin zusammen und wer weiß, was noch kommt. Ich bin gespannt und ich hoffe, ihr seid dabei. Bis zum nächsten Mal, euer NRFox. Ciao. Hat euch das Video gefallen? Dann lasst ein Like da und abonniert den Fox.